Vorsicht! Darauf achtet das Finanzamt 2024 ganz genau. Keiner von uns möchte wohl Probleme mit dem Finanzamt bekommen und manch einer gibt von vornherein lieber erst gar keine Steuerkläung ab, aus Angst, etwas falsch zu machen. Was aber kaum jemand weiß, jedes Jahr werden heimlich still und leise Bereiche festgelegt, die von den Finanzämtern besonders kontrolliert werden. Als Steuerzahler empfiehlt es sich also, diese zu kennen. Und genau deshalb verrate ich dir kurz und kompakt, die für das Jahr 2024 wichtigen Punkte in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute zeige ich dir die wichtigsten Prüfungsschwerpunkte, die das Finanzamt 2024 ganz genau im Blick hat und überprüft. Denn diese Prüffelder werden nicht mehr öffentlich bekannt gegeben, sondern die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen verschickt diese nur noch an Steuerberater, was wir nicht gerade fair finden und dir deshalb mit diesem Video einen Wissensvorsprung verschaffen wollen. Und wenn du regelmäßig aktuelle Infos, Steuertipps und Videos rund ums Thema Finanzen sehen möchtest, dann abonniere doch jetzt gleich auch noch unseren Kanal. Es wird sich für dich lohnen. Prüffeld Nummer 1 Vermietung Als Vermieter hat man ja ohnehin schon einige Dinge, um die man sich kümmern muss. Und bei der Steuererklärung für das Jahr 2023 sollte man ganz besonders auch auf die Angaben in der Steuererklärung achten. Also sind die erhaltenen Mietzahlungen und auch Nebenkostenvorauszahlungen richtig angegeben. Hat man seine Kosten wie Verwaltergebühren, Handwerker, Kontoführungsgebühren und ähnliches richtig eingetragen. Und ganz wichtig für 2023 hat man die Abschreibung auch wirklich korrekt berechnet. Grundsätzlich sind dabei ja zwei, beziehungsweise bei alten Immobilien mit Baujahr von 1925 mit 2,5% im Jahr vom Gebäudewert als Abschreibung absetzbar. Aber eben nur auf den Gebäudewert und nicht auch auf das Grundstück. Dies muss man aufteilen und das Finanzamt will diese Aufteilung genauestens für 2023 überprüfen und wittert dort Fehler. Ganz wichtig wird dies natürlich auch bei einer erstmaligen Vermietung, sei es Wohnung, Haus oder auch eine Gewerbeeinheit. So darf man diese Abschreibung ja auch nur für die Besitzmonate ansetzen und nicht für das gesamte Jahr. Viele Stolpersteine also und diese sollte man gewissenhaft bei seiner Steuererklärung für das Jahr 2023 jetzt unbedingt prüfen. Prüffeld Nummer 2 Online-Verkäufe. Und da wird es besonders interessant für Nutzer von gewissen Online-Plattformen, auf denen Transaktionen abgeschlossen werden. Also sei es auf Ebay, Amazon, Airbnb, Etsy, Vinted oder auch Kleinanzeigen. Solche und andere Plattformen mussten nämlich bis zum 31.03. dieses Jahres Nutzerdaten an das Bundeszentralamt für Steuern melden, wenn ein Nutzer, also vielleicht auch du, dort mindestens 30 Verkäufe abgeschlossen hat oder aber mehr als 2000 Euro Umsatz erzielt wurde. Das Finanzamt weiß also Bescheid und bekommt zur weiteren Prüfung nun die Nutzerdaten wie den Namen, Geburtsdatum, die Adresse sowie Bankverbindung und auch Steueridentifikationsnummer. Und zusätzlich eben Angaben auch zum Erlös aus Verkäufen sowie zu Kosten wie Gebühren und Provisionen. Das heißt aber noch nicht, dass man darauf zwangsweise auch Steuern zahlen wird, denn zum einen sind nur wirkliche Gewinne steuerpflichtig, wobei man aber mit privaten Verkäufen innerhalb eines Jahres 600 Euro an Gewinn steuerfrei erzielen darf und je nach Plattform werden ja auch häufig Dinge des täglichen Lebens verkauft und solche Verkäufe bleiben generell steuerfrei. Natürlich nur, solange man wirklich privat verkauft und das Ganze nicht gewerblich betreibt, was jetzt im Zweifelsfall ebenfalls geprüft wird seitens der Finanzbehörden und das jetzt 2024 eben besonders stark. In Deutschland herrscht vielerorts eine Knappheit an Wohnungen und Häusern und um diesem großen Problem entgegenzuwirken, wurden zumindest steuerliche Anreize geschaffen, neuen Wohnraum zu ermöglichen. So darf man beim Bau oder Erwerb einer neuen Immobilie nicht nur die schon erwähnten 2 bzw. 2,5% des Gebäudeswertes jedes Jahr als Kosten absetzen, sondern mittlerweile durch ein neues Gesetz 3%. Und da die Schaffung von neuem Wohnraum ja sowieso schon mit so wenig Auflagen und Bürokratie verbunden ist, will man nun auch noch im Jahr 2024 genau diese Sonderregel und die Berechnung der Abschreibung darauf genauestens prüfen seitens der Finanzbehörden und mögliche Fehler finden. Das ist wirklich Deutschland, eine Erleichterung schaffen auf der einen Seite, aber dann diese rigoros überprüfen und den Beteiligten das Leben damit wieder schwerer machen. Naja, ähnliches gilt übrigens auch für das nächste, Prüffeld Nummer 4, Verluste. Durch die besonderen Schwierigkeiten in den Jahren 2020 bis 2023 wurden auch für Unternehmen gewisse wirtschaftliche Vorteile geschaffen und steuerliche Regelungen vereinfacht. So können für diese Jahre mögliche Verluste einfacher und in höherer Summe auf andere Jahre angerechnet werden. Da bei solch teilweise komplizierten Verrechnungen aber auch immer die Gefahr besteht, dass sich jemand einen unerlaubten steuerlichen Vorteil verschaffen könnte oder gar Steuerhinterziehen möchte, werden solche Vorgänge ebenfalls für das Jahr 2023 besonders geprüft. Betroffen von solchen verstärkten Prüfungen sind aber eben leider auch nicht nur Steuerhinterzieher, die das eben bewusst machen, sondern halt auch alle, die ordnungsgemäß ihren Betrieb führen und froh sind, überhaupt durch diese schweren Jahre gekommen zu sein. Und auch diese müssen sich bei solchen Verrechnungen von Verlusten nun auf vermehrte Rückfragen gefasst machen. Prüffeld Nummer 5, Förderung. Ebenfalls ein Bereich, der ja politisch total gewollt ist und für den man die Menschen begeistern möchte eigentlich, sind energetische Sanierungen bei Immobile. Auch hierfür gibt es steuerliche Vorteile, aber auch diese, du ahnst es sicherlich schon, will man tatsächlich genau jetzt verstärkt überprüfen. Dabei soll es speziell um die Frage gehen, ob die Arbeiten auch wirklich vollumfänglich ausgeführt wurden. Wer also saniert hat und dies bei der Steuererklärung 2023 für sich geltend gemacht hat, der muss auch in diesem Bereich damit rechnen, dass Nachweise zu den durchgeführten Arbeiten nachgefordert werden. Also, auf der geheimen Liste, nenne ich sie mal, stehen noch einige weitere Punkte, aber wir wollten dir mal die unserer Meinung nach 5 für einen Großteil der Steuerzahler relevanten zeigen. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass es natürlich auch die Aufgabe der Finanzbehörden ist, Sachverhalte ordentlich zu prüfen, um wissentliche Steuerhinterziehung aufzudecken und das ist auch gut so. Und man sollte generell natürlich wahrheitsgemäße Angaben machen als Steuerzahler. Aber es kann halt leider auch manchmal der Fall sein, dass solche Prüfungen und Rückfragen eben die ganz normalen Bürger, wie dich und mich betreffen, die die Steuererklärung dann erschweren. Und wir wollten ihr deshalb diese Punkte zeigen. Außerdem wird diese benannte Liste mit den Prüffeldern, wie zu Beginn erwähnt, nur von der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen überhaupt noch so erstellt und an die Steuerberater dort verschickt, weshalb es in anderen Bundesländern natürlich auch regional Abweichungen geben kann. Auf unserem Kanal findest du natürlich viele weitere Videos zum Thema Steuern und auch Videos mit vielen Tipps zur Stellung der Steuererklärung. Schaue also auch gern dort rein. Wenn du außerdem uns und unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann lass dem Video doch gern einen Daumen nach oben da und teile das Video auch unbedingt, damit viele Menschen davon erfahren, du kannst dabei eine wichtige Hilfe sein. Und für mehr solcher Videos abonniere auch gern unseren Kanal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video, dein Finanzner Simon.